Hallo, da haben wir wieder einen Spenderfreund, ja, super, hey, das sind die Sicherheitswächter meiner Wohnung, ja, die nennen die andere Ungezieferte Hüte, das ist kein Hygienemangel, wenn ich sage, okay, da ist eine Spende im Eck, die lassen leben, das ist kein Sinn, die Spenden kaputt zu machen, weil in erster Linie hat das mit meiner persönlichen Nahrungskette nichts zu tun, zweitens, die machen echt andere Ungezieferte kaputt und es sind süße, niedliche Wesen, ja, das geht ja dann, das tut ja die Hygiene meiner Wohnung unterstützen, ja, wenn andere Unge-Tiere da mit gefressen werden, ja, 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 verbeugt euch vor euren Spenden, so.